Dominating und ein 171 Schaden in die Macht ist der schnott mit groß mit der mit der erste der Schwuppflinte das ist noch geil ich komme da hoch ich bin um die Ecke mach ich es kaputt dumm 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 ja ah einen habe ich kaputt gemacht Nein, ich scheisse Ballonchen. Ich scheisse Ballonchen. Es ist voll krass, ein paar Böse sind verkleidet als Gute. Ja eben, die können sich hauen, voll krass. Noch 58 Leben, heilt mich! Wo ist eigentlich das Zentrum? Mann, ey. Jetzt machen wir ein Büro. Das geht ja ab wie nichts. Ja eben, du zeigst es. Das hätte mich einfach knarren. Die schieben das voll schnell an. Er hat sie voll aufgehebt, irgendwie. Ah, es ist ja gleich einer. Er hat die Tötungshilfe. Es ist. Cool. Ich kann dich sehen. Bist du da oben? Oh nein, da oben sind Böse. Assassin. 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 Keine Chance. Ich habe keine Chance. Okay, ich habe eine Chance. Das Dach ist echt voll unfair. Ja, das ist ja voll krass, weil dort sind Flammenwerfer, wo hinten so einer heilt und der ist jetzt super stark. Das ist voll krass. Ja. Ich kann schon. Bin ich jetzt recht gespannt? Boah, die sind schon voll weit. Oh nein. Oh, bei so einem Skatepad bist du gerade an mir vorbei gelaufen. Ich glaube, du bist tot. Ja, stimmt. Obwohl, ich komme zu mir. Heile mich. Allerdings, Flammenhör. Ja, voll. Heilen. Ah, mit E kannst du heilen anfordern. Scheiss, ey. Wir sind voll am verlieren. Ja, Mann. Der Flammenwerfer ist wirklich gut. Ja, Mann. Du bist auch mal. Du bist halt voll auf Distanz. Ich nehme mal den Raketenwerfer. Nein, ich nehme mal den Medik. Ja. Boah, die hat voll... Du bist vor mir. Hinter mir. Äh, vor mir. Ja, da kann man gar nicht rein. Ah, da. Wie müssen wir da runter, Oli? Boah, der hat voll die komische Gun. Der hat voll die cool... Der hat cool... Ok, der ist voll scheiße. Ah! Kann! Wie ist der schon böse? Was haben wir noch nicht gehabt? Der da? Oh, Mann... Der ist wohl schnell. Oh, der Passipp... Ah! Denn einer kam mit irgendeinem vierer Passau. so ja das ist voll krass ok ich nehme den anderen der hat voll die Monsterschrottflinte, das ist ja mega geil, so ein dad was kann ich denn nicht nehmen, oh jetzt in dem Steigenhaus wo bist du gerade? stirbt doch mal ich bin glaube ich mit der Granat das kann doch nicht sein, wie viel ich auf den drauf auf den draufballen dran, ja ich habe dich überholt ah ja, Lu gewinnt 5 zu 2, krass du hast mich in den letzten Sekunden noch überholt, Oli du bist doch so böse so richtig hinterhaltig ja jetzt können wir wieder so rumgeieren wo bist du, ich bin am rechten Gitter niemand ist am rechten Gitter hä wo bist du ich soll doch da vorne kommen wo bist du? äh im Spawnroom Oli, gehen wir da hin wo ist das? wo bist du? ich ballere voll raus ich ballere voll raus ich ballere voll raus wo bist du? da ok, es fängt bald an ich schüsse einfach nur aus der Tür ja ach, du bist du hast sogar viel Minen, oder Loli? boah, ich habe nur noch 18 Leben ich bin tot ah nein jetzt bin ich tot ich bin tot nein, darf nicht scheiss ich glaube ich komme mit dem Headshot die kommen von 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 ok, ich mache mal ich mache mal ähm Dings da keiner von uns ist ähm heavy oh, du bist wieder vorne ja genau Mann, ich boah du hast irgendwie so einen Flammenwerfer die wirklich alle abmetzelt da hau ich mich danke no, ich bin verdreht kann ich mal ja, so ist es brav wow was ist? wo ist der Knife? ich mache auch mal so 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 mega weisst du den mit dem Anzug da ok, wir kommen weiter dort oben hat jetzt einen wow wo bist du das? Mann cool, ich habe einen Revolver und eine Maske cool, ich habe eine Maske ich kann so voll Karneval spielen der Sodapopper ja ja was ist das? das ist ein Knarre oh ich kann mich unsichtbar machen ich kann mich unsichtbar machen warum sind die mich gleich ja du bist nicht ganz unsichtbar weisst du weisst du wie kann man eigentlich Sprachchat machen? das würde ich gerne wissen ja wie da Mann kann ich mich bitte mal drinnen lassen bitte Sprachkommunikation wir tun es so schwach ha so ja ha hast du mich erinnert? ich habe dich aber gehört ich habe dich eben das ist so geil öh Ja. Embarrassed by the knife. With the knife, it's your bull. Der scheiss Volkspulli. Der hat mich gemesselt. Hey, wir kommen keinen Millimeter weiter. Wir sind voll am Verlösen. Wir sind nicht mal in der Hilfe zum ersten Checkpoint. Ja, eben. Go, 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 go! Go! Ja, ich habe ihn getroffen. Ich mache jetzt mal heilen. Ja, genau. Oh, der Junge mit seinem Scheisspull im Bogen. Die haben alle viel bessere Knarre. Hast du gemerkt? Also nicht alle. Aber viel und unbogen. Viel bessere Waffen. Der ist voll an die Wand gebetet worden. Mit dem Pfeil ist der voll an die Wand gebetet worden. Ich kann schon auf den Druck von Mali. Die scheiss Space Raper, ey. Das ist echt so anal Dreck. Space Raper? Ja. You fucking Space Rapers. Hast du mich gehört? Ja. Kannst du auch mal reden mit den Fällen? Ja, ja. Mach ich lieber nicht. Ich würde mich nicht zum Nacken machen. Ist doch egal. Ich kenne dich ja nicht. Im schlimmsten Fall wirst du gekickt. Oder bähnt. Komm da her, du kleine Pussi. Renn nicht weg. Ich stehe zu deinem kleinen Testosteron-Heinchen. Ja, genau. Dem kleinen kann ich ja nicht. 20 Meter oder so. Der ist selber tot. Ah, selber schuld. Ich sehe mich nicht. Ja super, ich will nicht mal helfen. Wir sind schon eins, ey. Ich habe den Poli, ähm, tot gemacht. Hä? Wer ballert mich da? Das ist voll krass. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ich checke das immer noch nicht so ganz mit der Zeit. Weil nachher läuft ja nochmal ein Timer ab. Ja, du kommst schon mal vor allem aus. Das ist so gut. Verlängerung. Du siehst. Du siehst. Du fehlst. Huuu. Oh, das Foto ist geil. Nächste Runde. Machen wir mal eine andere Map. Gibt es noch eine andere? Oli. Oli. Äh, ich glaube schon. Okay, jetzt gehen wir mal wieder mal ein bisschen rumgeieren. Oli, wo bist du? Ich bin schon ein bisschen weiter vorne. Volkspoli. Hä, wo bist du? Da drin. Am Rummetzler. Bist du nicht? Bist du schon weitergelaufen? Nein, es ist ja fertig. Ja, es hat schon wieder angefangen. Ja. Hä? Wir sind gegeneinander. Ah, bist du rot? Ja. Ah ja, ich auch. Nein, ich aber nicht. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich an welchem Gitter du bist. Äh, siehst du den? Ja, wir haben keine Chance. Was macht er genau? Wow. Drücken sie G, um diesen Spieler einen High Five auszuführen. Das wäre geil gewesen. Ja! Oh! 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 Obwohl ich gestanden bin. Wow, ich bin gerade voll an meinen Pumpen. Das glaubst du mir nicht. Hast du gesehen? Ich bin dominating! Nein! Weil ich gerade krass am Abgehen habe. Oh! Der ist gerade neben mir gestanden. Oh! Oh! Jetzt bin ich voll auf das Mikrofon gekommen. Sorry. Ähm. Krass. Jetzt bauen wir wieder mal Sentry Cards. Ja, wir schützen erst auf den Abstand. Bist du Sniper? Ja. Du bist doch so ein Camper. Ich habe dich genau gesehen. Camper? Was? Ein mobiler Sniper? Ja, ja. Ah, jetzt. Jetzt kommt die Farbe. Ich habe eins getraucht. Wow, die sind da rund um. Schau, wie das füllen geht. Mann, der Spahn geht echt viel zu schnell. Äh, viel zu langsam, meine ich. Oh! Der hat jetzt unsere halbe Arme kaputt gemacht. Der... R-I. Kommen wir da raus? Warum? Nein. Äh, ich meine meine. Weisst du, ja. Spahn. Spahn. Aha. Ja, wir sind schon beim ersten. Ankommen. Okay, meine Sentry ist tot. Oh, der Flammenwerfer ist ja voll gestach. Oh, ich mache mich jetzt auch. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Es ist voll brutal. Oh, jetzt soll ich auch mal Sniperen. Ähm. Sniper? Ja, ja. Gib. Okay, jetzt mache ich da geile Sniper. Das war ein Headshot. Warum hat der nicht geult? Das bin ich, ja. Das bin ich, ja. Ja.